Ohne unsere Radardaten würde es keinen Flugverkehr geben. Der Lotse hätte kein Bild auf seinem Monitor, damit kein Ziel und damit würde nichts fliegen. Ein Flugzeug bei uns in Deutschland wird immer mindestens von drei Radar-Anlagen erfasst. Wir haben in Deutschland 30 Luftlager-Radar-Anlagen, damit ist immer eine Überlappung gewährleistet. An den von uns kontrollierten Flughäfen gibt es zusätzlich noch Bodenlager-Radar-Anlagen, die dafür sorgen, dass der Lotse auch bei Nacht und Nebel immer noch eine Lage des Flughafens hat, wo die Flugzeuge sind. Das macht den Luftverkehr sicher. Im Großen und Ganzen ist mein Job, mit meinem Team zusammen diese Radar-Anlagen in Betrieb zu halten. Das ist hochkomplexe Technik, die sehr ausführlich gewartet werden muss. Zu den Aufgaben gemeinsam mit meinem Team gehört es, bei diesen Radar-Anlagen beispielsweise einen Ölwechsel durchzuführen, aber auch einen Antrieb zu tauschen und die Signalverarbeitungstechnik zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuregeln. Das macht das Ganze sehr abwechslungsreich. Der Flugverkehr nimmt immer mehr zu. Daher ist es wichtig, dass unsere Radardaten 365 Tage im Jahr rund um die Uhr zuverlässig zur Verfügung stehen. Jeder Fluggast kann sich darauf verlassen, sicher an sein Ziel zu kommen. Mein Name ist Tim Simon. Ich arbeite als Bereichsleiter in Betriebhaltung bei der Deutschen Flugsicherung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.